Mein Name ist Rob Kuhm. Ich bin Kursmanager bei Golfplatz Heddesheim Gut Neuzehnhof, mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir sind ein 18-Loch-Golfplatz auf 85 Hektar, haben 1290 Mitglieder. Ich bin dabei seit Anfang der Bau in 1998. Wir sind ein sehr naturnahes Golfplatz. Heutzutage wird hohe Ansprüche an Greenkeeping gestellt. Golfrisch und wirtschaftlich. Wir sollen auf einer Seite kosteneffektiv arbeiten plus eine Qualität liefern. Ich verfolge die Entwicklung von John Deere Golfmaschinen seit den Ende 80er Jahren. Wir fahren John Deere Maschinen hier auf der Neuzehnhof seit 1998. Wir haben ein breites Spektrum von Mähmaschinen, Pflegemaschinen, Sammler, Streuer, Spritzgeräte. Wir sind in den letzten Jahren seit 2006 auf die Hybridmaschinen gekommen. Unsere erste Maschine 2500 E. Die kommt dann in 2008 der zweite dazu. Heutzutage fahren wir neue Hybridmaschinen auf Grüns, Abschläge, Approach und Fairway. Verkauf und Lieferung von Maschinen ist eins. Unsere CEO mit John Deere war ein zuverlässig und unterstützender Partner zu haben. Nicht nur mehr Maschinen, aber im gesamten Maschinenpark. Wir benutzen John Deere Hybridtechnologie auf Gut Neuzehnhof aus verschiedenen Gründen. Nummer eins, wir haben immer im Hinterkopf die Schäden, die passieren kann durch Hydraulikölverlust auf unseren Rasenflächen. Das ist dadurch minimiert. Der zweite, der Lärmpiegel. Drittens sparen wir auch Kraftstoff. Viertens, obwohl die Motordrehzahl reduziert ist, bleibt die Schnittqualität gleich. Auf dem Punkt gebracht. Für mich ist die John Deere Hybridtechnologie einfach, zuverlässig, leistungsstark und wirtschaftlich. I'm Rob Kuhn, Kursmanager, Golfplatz Heddesheim. Gute Neuzehnhof.